Moin Leute was geht? Ich bin wieder auf Twitch live, deswegen kommen wir vorbei, wir streamen heute das Live Event plus vielleicht sogar die Season, deswegen müssen wir mal schauen, oder neues Kapitel, mal schauen, ob wie gesagt das neues Kapitel kommt und wie es genau weitergeht nach dem Live Event, also wie gesagt, wir wissen gar nichts aktuell noch, also die League haben gesagt, man weiß erst, wie das weitergeht nach dem Live Event, ich bin auch sehr gespannt, wir werden auf jeden Fall heute lange streamen, aber wenn die Season wie gesagt am Dienstag erst losgehen sollte, dann gehe ich am Dienstag wieder live, da mache ich heute nicht durch, dann machen wir dann wie gesagt Dienstag dann den Season Stream, dafür halt sehr sehr früh, und ja, deswegen kommen wir vorbei, links im Stream in der Beschreibung, oder würde ich sagen, sehen wir uns im Stream bis gleich.